Zu Beginn möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Petra Höllwert, 14 Jahre alt und Schülerin der NMS Utendorf. Die Ernährung, ein allumfassendes Thema für den Menschen. In der heutigen Gesellschaft dreht sich vieles ums Essen. Im Fernsehen gibt es hunderte Kochsendungen und in Zeitungen wird man über neueste Statistiken und Studien informiert. All das, um den Menschen nahezulegen, wie man sich gesund ernährt, den Körper fit teilt und das Immunsystem belastbar bleibt. Denn die gesunde Ernährung ist der Grundstein für das Funktionieren unseres Körpers und unseres Geistes. Die Vielauswahl in den Geschäften ist sicherlich schön. Die bunte Obst und Gemüsetheke. Doch ist es wirklich so gesund? Der Wohlstand in unserem Land trägt sicherlich dazu bei, die Auswahl so bunt zu halten. Denn wir sind in der Lage, jedes Lebensmittel, das wir wollen, zu importieren. So kauft man perfekt runde Äpfel, knallrote Tomaten und grünliche Bananen. Aber denken wir auch nur einmal darüber nach, warum die Äpfel so grün und die Bananen so rot sind? Was soll an einen Apfel frisch vom Baum schlecht sein, weil er eine Delle hat, nicht so rund ist, wie der, den man im Geschäft kaufen kann? Der Wohlstand bringt uns oft dazu, unseren Hausverstand auszuschalten. Denn das Obst aus unserer Region passt nicht in unser perfektes Bild. Aber nicht nur das Obst muss perfekt sein, auch der Mensch. Aber ist man perfekt, wenn man dünn ist? Für viele kann es ein Ausgleich sein. Doch ich bin kein sehr sportlicher Mensch. Sollte ich trotzdem jeden Tag ins Fitnessstudio gehen? Sollte ich eine Diät machen? Ich denke, mich zu ändern würde mich nur gestresst und jezornig machen. Wir sind doch für unseren Körper selbst verantwortlich. Warum sollte ich versuchen, mich zu ändern, wenn ich mir so gefalle? Warum sollte ich mir ein Idealbild umhängen lassen? Stehen wir doch den Klatschzeitungen selbstbewusst gegenüber. Überzeugen wir sie davon, dass alle ihre Produkte, die sie bewerben, doch auch nicht so gesund sind, wie sie glauben, dass sie auch nur halbfertige, mit chemischen Zusätzen versetzte Produkte sind. Aber nicht nur für unseren Körper sind wir verantwortlich, sondern auch für die Lebensmittel, die wir tonnenweise wegwerfen und wollen wir wirklich dafür verantwortlich sein, diese alle zu entsorgen, obwohl man sie noch gut essen könnte. Geben wir sie jenen und helfen wir ihnen, die am Herd stehen, nicht wissen, was sie kochen sollen. Helfen wir denen, wo die Fertigprodukte den Kühlschrank füllen. Geben wir ihnen ein selbstgebackenes Brot, mit Aufstrich von denen wir die Zutaten kennen. Zeigen wir ihnen die gute Küche vom heimischen Herd, wo man mit wenigen Zutaten inhaltsstoffreiche, gesunde Gerichte kocht. Kaufen wir vom kleinen Laden ums Eck, vom Biobauernhof in der Nachbarschaft, wo man noch weiß, wie gearbeitet wird. Es ist in Ordnung, wenn die Bioprodukte streng in Richtlinien unterliegen. Doch auch Bauern stoßen irgendwann an ihre finanziellen Grenzen. Manche der Biorechtlinien sind nicht praxisnah ausgearbeitet. Wie soll man das alles noch schaffen können? Aber man ist ein Biobetrieb von Herzen. Man steckt alles darin hinein, den Biobetrieb zu erhalten, man will gesund, langlebig, bodenschonend für die Zukunft arbeiten. Dieser Gedanke stammt aus meinem eigenen Elternhaus. Wir sind ein Biobetrieb. Meine Eltern haben mir die Wertschätzung des eigenen Gartens gelernt, die verschiedenen Charaktere der Tiere, die unterschiedlichen Bodenverhältnisse. Jeder Regenwurm, jedes Büschel Unkraut, das man sieht, ist ein Zeiger der Natur. Und wir sollten lernen, darauf zu hören. Bedenken wir, was wir ohne Landwirte, ohne Gemüsebauern, ohne Lebensmittelproduzenten tun würden. Welche Auswirkungen, das auf unsere Landschaftsbilder, unseren Tourismus und letztlich unseren Wohlstand haben würde. Kaufen wir saisonbedingtes Obst und Gemüse. Denn auch so erhält man ein vitaminreiches und wertvolles Produkt. Die Erdbeine im Winter, die grünen Bananen und die gespritzten Äpfel. Das alles ist sehr naturfern und würde dir vielleicht mehr schaden, als wenn du einen Apfel aus deinem eigenen Garten isst. Genauso wichtig ist das Kochen. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung, mit wo du weißt, was in deinem Essen drinnen ist, erhältst du meistens, wenn du es selbst kochst. Es ist egal, ob die Ernährung traditionell, vegan oder vegetarisch ist. Solange du es selbst zubereitest, würzt und ihm den Essen deine eigene Note verleihst, weißt du immer genau, was eigentlich in deinem Essen ist. So will ich heute aufrufen, dass wir wieder lernen, unsere Heimat zu schätzen. Interessieren wir uns für den Landwirt von der anderen Straßenseite. Interessieren wir uns für seinen Tagesablauf. Schätzen wir die Lebensmittelproduzenten zum Beispiel unsere Molkereien wieder. Schenken wir ihnen Respekt und Wertschätzung. Geben wir unseren Körper ohne Anleitung eine Normkurve. Gesunde und selbst zubereitete Nahrung. Wir müssen wieder lernen, auf uns selbst und unsere Umwelt zu hören. Denn sie gibt uns Zeichen. Jeder ist anders. Jeder ist gut so, wie er ist. Vielen Dank. Applaus